Hallo und herzlich willkommen hier in unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Holger Maurer und ich bin Geschäftsführer der Social Creative Room Strategieberatung in München. Ja, in unserem YouTube-Kanal geht es darum, Ihnen einen kleinen Einblick zu geben in unsere Arbeit, in das, was wir tun und vor allem auch in das, wie wir es tun. Vielleicht können wir damit auch schon die ein oder andere Frage von Ihnen beantworten, bevor wir uns vielleicht dann im Nachgang persönlich kennenlernen. Wir zeigen Ihnen hier auf unserem Kanal Umsetzungsbeispiele, Referenzen von Projekten, die wir für Kunden gemacht haben. Wir zeigen Ihnen aber auch das ein oder andere Video, was zum Beispiel uns und unsere Arbeitsweise von anderen Agenturen in Deutschland unterscheidet. Und wir möchten Ihnen die ein oder andere Kreativitätstechnik zeigen, mit der auch Sie in Ihrem eigenen Unternehmen selbstständig kreative Dinge entwickeln können. Es geht um die Themen Marketing, Strategie, Kommunikation, Werbung im allerweitesten Sinne. Und ja, Sie sollen einfach einen Einblick und einen Querschnitt komplett über unser Leistungsspektrum bekommen. Bleiben Sie einfach dran, falls Ihnen ein Video gefällt, kommentieren Sie es gerne, liken Sie es, verbreiten Sie es und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren würden und wir uns somit einfach immer wieder sehen. Also, bis dahin, alles Gute und vielen Dank fürs Abonnieren. Bis dann! Chau! So, ciao! Vielen Dank.